Ey, wir können Wasser herstellen. Ach, der Blasenfisch. Sehr gut. Ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie wir Wasser herstellen können. So, jetzt ist es dunkel. Wir können die Lampen mal benutzen. Ich hoffe, wir sind da. Ja, leuchtet mir nicht in die Fresse, sondern draußen. Ja, Leute, wie geil. Wir können im Dunkeln endlich was sehen. Moin Moin, Hallöchen, Jungs und Mädels. Und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Subnautica. Nun ja, wir sind letztes Mal stehen geblieben. Wir haben, glaube ich, viel Rohmaterial gesammelt. Das Raumschiff, in dem wir abgestürzt sind, ist explodiert. Ja, wir schauen mal, wir haben Nacht schon wieder. Ja, wir warten noch eine kleine Weile ab. Und dann werden wir heute mal schauen, was wir noch an Material finden. Denn wir müssen noch einiges tun. Zumal weiß ich auch noch nicht, wie das mit dem Wasser funktioniert, Leute. Das bereitet mir noch ein Rätsel. Weil wir sind ja auch schon ein-, zweimal gestorben. Aufgrund Wassermangels habe ich keinen Bock drauf. Müssen wir mal gucken, wie wir das heute hier bewerkstelligt bekommen. Wir können Batterie herstellen. Die werden wir auch, denke ich mal, öfter brauchen für die Lampe. Haben wir überhaupt eine Lampe gebastelt letztes Mal? Ich weiß gar nicht mehr. Wir haben... Doch, wir haben... Ich meine, wir haben eine Lampe gebastelt, Leute. Wir gucken mal im Inventar. Ne, wir haben den Handscanner gebaut. Genau, so war das. Wir haben den Handscanner gebaut. Medikids haben wir auch mit. Ähm, der von... Oh. Ja. Okay, ich würde sagen, Rettung ist nicht in Aussicht. Weil die wird zwar losgeschickt, aber in irgendwelchen, ähm, tausenden von Stunden. Also müssen wir jetzt erst mal zurechtkommen. Wir... Wir umschwimmen mal das Gebiet und schauen mal, was wir noch so alles vorfinden hier. So, lasst uns mal irgendwas scannen hier, Leute. Oh, Blasenfisch. So, wir können... Auf jeden Fall sollten wir viel scannen. Denk ich mal. Müssen sich ja noch ein bisschen... Also diese unangenehmen Geräusche hier... Die sind wirklich sehr komisch. Was ist... Ich will das einsammeln hier. Ähm... Ne, den Säurepilz haben wir, glaube ich, schon mal gescannt. Ähm... Was ist das für ein Metall? Habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet. Oh. Windegras. Wir müssen erst mal auftauchen hier. Äh... Okay. Ich glaube, da ist wieder so ein... Oh, was ist das denn für ein Fisch? Ich glaube, da müssen wir aufpassen, Leute. Äh... Riesenröhren-Koralle. Ich glaube, die haben wir schon letztes Mal gescannt. An dem Fisch sollten wir, glaube ich, nicht begegnen. Oh. Ui. Naja, ich hau ja schon ab. Ich komm nicht in deine Nähe. Oh, der verfolgt mich anscheinend hier. Ey, das gibt's doch nicht. Junge. Also irgendwas scheiden die da aus, was uns wahrscheinlich... Ähm... ...nicht gut bekommt. Aber Leute, wenn ihr... ...wenn ihr die Möglichkeit habt, dieses Spiel zu spielen, dann spielt das. Es macht auf jeden Fall echt übelst Laune. Und, ähm... Weiß ich nicht. Die Unterwasserwild ist einfach genial gemacht hier. Oh, da vorne schwimmt ein geiler Fisch, sehe ich gerade. Was kennen auf jeden Fall. Ähm... Ja, mit dem kann man anscheinend nix machen. Äh... Ich weiß nicht, ob man die Viecher irgendwie töten kann hier. Ah, die schwimmen zu schnell weg, sehe ich gerade. Das ist blöd. Oh, wir haben eine neue Lebensform entdeckt. Ähm... So langsam müssen wir mal hier rausfinden, äh... ...wie wir Wasser herstellen können, Leute. Ich... Ich weiß es nicht. Wenn ihr das wisst, äh... ...schreibt's mir mal in die Kommentare, bitte. Wäre mal echt interessant. Also, langsam, äh... ...weiß ich auch nicht, was ich essen soll. Essen, ähm... ...wird auch noch ein Problem werden. Vermute ich mal. Säurepilz brauchen wir nicht. Haben wir genug. So, was sind hier? Spielauge. Den kann man auch scannen. So. Stielauge haben wir auch eingesammelt. Mal gucken, irgendwie mit dem Wasser müssen wir was machen hier. Was sind das denn für Dinge hier? Das sind auch kleine Fische, aber die kann man nicht scannen. Was sind das für... Naja, die kann man auch nicht... ...au nicht scannen. Also, wenn man erst nicht weiß, was man hier alles machen muss, dann, äh... ...kommt man so ziemlich in die Bedrohlie. So, wir werden jetzt in die Höhle hier tauchen. Oder wenn... Ja, ich weiß. Ich erschrecke mich immer wieder, Leute, vor diesen, ähm... ...blöden Viechern hier. Alkstein. Da war auch ein Erz drin. Hier haben wir Höhlen-Schwefel. Den brauchen wir auch. Ähm... Den werden wir auch scannen hier. Ja, den kann man aber auch nicht einsammeln. Wir nehmen das Quarz mit. Das wird uns bestimmt auch weiterhelfen. Überall. Oh, Leute. Jetzt haben wir natürlich nicht so viel Sauerstoff. Jetzt müssen wir schon wieder, äh... ...an die Oberfläche. Sollen wir nochmal abtauchen, oder nicht? Weil ich hab... ...nämlich Schiss. Warte, dass uns der... ...Sauerstoff gleich ausgeht. Wir werden es noch einmal versuchen, hier runterzutauchen. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Ich hoffe mal, wir kommen hier gleich wieder raus. Ja. Alles gut. So, wir werden wir mal schauen. Wir werden auf jeden Fall erstmal zurück zum, äh... ...Böckchen. Und da mal, äh, unsere neu erworbenen Sachen, äh... ...Auskundschaften. Ähm, ähm. Ich weiß, man kann auch... ...von unten ins Boot rein. Äh, so. Wir gucken mal. Oh, Leute. Wir... Ey, wir können Wasser herstellen. Ach, der Blasenfisch. Sehr gut. Ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall, äh... ...wie wir Wasser herstellen können. Finde ich sehr gut. Dann werden wir da mal, äh... ...was generieren hier. Ja, also der Blasenfisch ist für die, äh... ...fürs Wasser zuständig. Und... Ja. Also... ...die beiden Fische... ...scheinen... ...Essen zu geben. Das ist schon mal gut. Und gekochter Boomerang nehmen wir auch direkt hinterher. Ja, ich kann das auch, äh... ...Menschen vor mir, die haben jahrelang damit überlegt, äh... ...überlebt, irgendwelche Fische zu essen hier. So, Wasser haben wir. Vital Signs stabilisieren. Schmeckt gut um die Flossen herum. Wir essen alles beide mal. So, oh, Leute. Guckt mal, was wir eingesammelt haben. Wir haben Quarz, Hupfererz und Titan. Schmierstoff haben wir auch. Ja, wir können anscheinend, äh... ...gleich schon mal noch ein paar Sachen herstellen. Aha. Werkzeuge, Auftriebskörper, Notfallauftrieb, eine chemische Reaktion produziert Gas zum persönlichen Auftritt. Das heißt, wenn wir jetzt, ähm... ...kommen wir dadurch schneller an die Oberfläche irgendwie. Reparaturwerkzeug können wir herstellen. Ähm... ...machen wir auch. So. Ähm... ...die Leuchtfockel brauchen wir nicht. Ressourcen. Silikon-Gummi können wir noch herstellen. Und wir können Glas herstellen aus Quarz. Sehr gut. Das gibt uns bestimmt, ähm... ...neue Sachen hier. Ähm... ...Ausrüstung. Was müssen wir denn... Ähm... ...haben wir eigentlich Schwimmflossen, Leute? Schwimmflossen brauchen... ...Silbererz. Tauchflasche mit hoher Kapazität. Zweimal Glas, viermal Titan, eine Standardtauchflasche. Ähm... ...und Silbererz. Silbererz haben wir gar nicht, glaube ich. Ähm... ...dieses Blei haben wir auch noch. Ja, nur viel... ...viel passt da auch nicht mehr rein hier. Ach... ...doch müssen wir alles mal hier lagern. Ähm... ...mhm... ...irgendwo, äh... ...da. Wollen wir das repariert kriegen. Ui! Ähm... ...ähm... ...es geht doch. Ja, geil! Jawohl, Umgebungsscan. Ähm... ...wat war denn noch hier? Irgendwas konnten wir denn noch reparieren, oder nicht? Oder war es das? Hauptenergie im Betrieb. Sekundärsysteme in Betrieb. Kommunikationssender ist ausgefallen. Bleibt da wohl wahrscheinlich auch. Kommunikationsentfänger im Betrieb. Umgebung, äh... ...ja... ...wir haben anscheinend... ...brauchten wir nur... ...das Ding hier reparieren und dann, äh... ...wenn wir jetzt eigentlich... ...schauen. Ähm... ...Baupläne. Baupläne für gefiltertes Wasser haben wir auf jeden Fall. Oh mein Gott, wir haben... ...wir haben heute... ...en richtig guten Zahn zugelegt. Würde ich mal sagen. Einheimische Lebensformen. Äh... ...ja, auf jeden Fall... ...ist das so gut, wenn wir die alle... ...einscannen... ... desto größer wird unsere Datenbank. Äh... ...leute, das macht richtig Laune jetzt. Am Anfang war ich ein bisschen verzweifelt. Weil ich nicht... ...wusste, wo was für was ist. Aber... ...so langsam, ähm... ...ich frag mich jetzt, äh... ...wohll wir Eisen herbekommen... ...weil wir bräuchten mal eine... ...längere... ...Luft... ...anhalten... ...äh... ...äh... ...ne... ...wie sagt man... ...eine größere... ...Tauchflasche brauchen wir auf jeden Fall. ...die werden wir uns auch irgendwie... ...baskeln. Ähm... ...Auftriebskörper... ...wo war denn die größere... ...Flasche... ...äh... ...Elektronik... ...ne... ...Computerchip... ...wofür baut man denn den Computerchip? Das ist gute Frage. Da war das hier mit dem, äh... ...ne... ...Segleiter... ...Mobile Wasserstation... ...Fahrzeugstation... ...äh... ...unbekannt. Okay. Achso. Bauplan. Ich wollte mal die Baupläne gucken... ...wegen der Flasche. ...Mmm... ...Tauchflasche mit hoher Kapazität. Da ist es. Glas, Titan... ...und Silbererz. Genau. Silbererz. Müssen wir mal gucken, wo wir das finden. Ähm... ...Wir düsen auf jeden Fall... ...noch mal eine Runde. Mhmm... Wie sieht es mit der... ...mit einer Lampe aus? Leute. Haben wir hier irgendwo... ...einen Bauplan für eine Lampe? Ich glaube nicht. Was? Ähm... Doch, hier haben wir eine Lampe. Wir brauchen... Wir werden uns jetzt eine Lampe bauen... ...wahl es wird bald dunkel. Und da habe ich keinen Bock... ...hier irgendwie... ...hier rumzuschwimmen im Dunkeln. So. Wo war das hier? Werkzeuge... ...Lampe... ...Batterie... ...und wir brauchen eine Batterie. Silikon-Gummi müssen wir herstellen. Wir haben Silikon-Gummi hergestellt. Wir brauchen... ...ähm... ...eine Batterie. Genau. Batterie war das? Elektronik-Batterie herstellen. Ähm... ...Energiezelle. Brauchen wir eine Energiezelle... ...oder war das... ...eine Batterie. Okay. Sorry Leute, aber ich muss da erstmal ein bisschen mit klarkommen hier. So, wir nehmen zweimal... ...Äh... ...Upfererz mit rein. Wir nehmen... ...Wir nehmen... ...das Glas... ...Titan... ...Silikon-Gummi haben wir. Wir nehmen nochmal Titan. So. Okay. Ich hoffe... ...ich hoffe das reicht. Wir... ...wo ist die Batterie? So. Die Batterie bauen wir. Ähm... ...was haben wir jetzt noch für... ...ah... ...die Lampe können wir bauen. Sehr geil. So. Äh... ...Reparaturwerkzeug... ...brauchen wir nicht. Wir machen... ...wir nehmen die Lampe. So. So. So, jetzt ist es dunkel. Wir können die Lampe mal benutzen. Ich hoffe... ...hoffe wir will. Naja... ...leuchtet mir nicht in die... ...in die Fresse, ...sondern äh... ...draußen. Ja, Leute wie geil. Wir können im Dunkeln endlich was sehen. Ähm... ...sehr geil. Sehr schön. So muss das sein. Wir suchen uns jetzt auch... ...äh... ...einige Sachen hier zusammen. Äh... ...ich hoffe mal das... ...ja... ...wenn wir das... ...inventar schnell voll haben... ...mit solchen Sachen. ...wir sammeln... ...wir sammeln das Quarz ein. ...frag mich echt... ...wo wir... ...eisen herbekommen. ...eisenerz... ...oder... ...äh... ...wat wir da brauchen. Ähm... ...soweit ich das sehe... ...sind hier nur... ...ähm... ...sachen... ...die wir eigentlich nicht... ...äh... ...brauchen. Ähm... So... ...Fortschritt... ...äh... ...50%. Vielleicht finden wir gleich noch einen zweiten. Ja, 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 ja... ...ich bin ja schon da. So... ...wo war das hier? Hier unten. Das Stilauge... ...ja, das ist auf jeden Fall... ...wichtig fürs Essen. Haben wir ja gelernt... ...heute. Ah, hier ist das nächste Fragment. Das werden wir auch mal scannen. Oh, neuer Baumplan... ...verfügbar... ...Signalbohle. Wenn wir... ...hiermit dann... ...das Gebiet markieren... ...oder so, denke ich mir mal. Also vermute ich... ...mal. Ähm... Hier haben wir noch... ...Segleiterfragment. Oh, neuer Baumplan. So, wir schwimmen... ...mal schnell an die Oberfläche... ...bevor unser... ...ääh... ...bevor uns die Luft ausgeht. Also ich finde das Spiel... ...echt mega. Mal sagen also... ...das ist... ...sehr schön gemacht. Mal gucken, ob wir noch ein paar Sachen hier finden. Aber ich glaube nicht. Wir haben, glaube ich... Oh, Inventar ist auch schon gut voll. Schade, man schafft in... ...einer Folge nicht... ...äh... ...so viel hier zu erledigen. Weil das... ...zieht... ...ja, eigentlich auch sehr... ...so würde ich mal sagen... ...was man... ...ziemlich lange suchen muss... ...erst mal nach ein paar Sachen hier. Aber es macht echt Spaß. In die Rettungskapsel bitte... ...von unten diesmal... ...von unten diesmal. ...heh... ...heh... ...so... ...au... ...leute... ...guckt euch das an. Wir haben... ...wir... ...ne... ...navigationshilfe... ...behält... ...und sendet seine Position. Ja... ...ja... ...wir können... ...eine Signalboi erstellen. Sehr geil. Oh, für die Ausrüstung... ...haben wir auch schon... ...äh... ...einige Sachen mehr. Wir können Schwimmflossen... ...bauen wir direkt mal. Ich vermute mal, wir werden... ...dadurch... ...schneller im Meer... ...sein... ...so... ...ämm... ...bin mal gespannt, wann wir... ...die anderen Sachen hier bekommen... ...Handschuhe und sowas. Wir brauchen auch eine größere... ...flasche. Ja... ...dann werden wir mal... ...werden jetzt mal was futtern kurz... ...und dann... ...oh, wir brauchen schon wieder Wasser, Leute. Also ich würde sagen... ...ämm... ...wir werden... ...in der nächsten Folge... ...werden wir... ...weiter suchen... ...und schauen, was wir noch... ...ääh... ...freischalten. Wir haben noch jede Menge zu erledigen... ...und das macht End-Spaß. Sollte euch das Video gefallen haben... ...dann... ...ääh... ...gebt das Däumchen hoch. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt... ...ääh... ...macht das gerne. Würde mich sehr freuen. Aktiviert dann die Glocke, damit ihr nichts verpasst... ...und...ääh... ...ich würde mal sagen... ...bis denn dann. Tschau, tschau.